Kastenspringer, 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 äh! Kastenspringer, manchmal fliegst du wie der Kastenspringer, der Kastenspringer, fliegt auch mal der Kastenspringer, fliege durch die Welt wie der Kastenspringer, Kastenspringer, fliegst auch manchmal hoch und runter wie der Kastenspringer, mit der Rakete der Vernichtung bist ein Kastenspringer, fliegst auch manchmal nur mal weiter als der Kastenspringer, Münzen sind egal, wer du bist, der große Kastenspringer, au! Kastenspringer, 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 ist der große Kastenspringer, 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 ist er nicht der Mittelspringer, Kastenspringer, 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 wirst manchmal ein Kastenspringer, Kasten, 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 Der Kastenspringer fliegt über die Welt. Der Kastenspringer hat ne Rakete aus Raketen gemacht. Kastenspringer hat dich nicht umgebracht. Denn es ist der Kastenspringer, der dich nur führen wollte. Kastenspringer, Kastenspringer. Hier bleibt Kasten. Kastenspringer, Kastenspringer, Kastenspringer. Kastenspringer, Kastenspringer. Bis manchmal der Kastenspringer. Ich suche mir die Ecke, die Decke. Kastenspringer, die Decke der Decke. Kastenspringer, ich will Kastenspringer. Kastenspringer meint der Rakete, Kastenspringer ist manchmal mit der Rakete unterwegs, Kastenspringer auf dem Weg ins Weltall, Kastenspringer beentäuscht uns nicht mit der Rakete, Kastenspringer, höchst du am fliegen, du bist der Kastenspringer, hast die Mütze... Genau, Kastenspringer, 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 bist manchmal der Kastenspringer, Kastenspringer, willst du auf den Kasten springen, bist du der Kastenspringer? Er ist auf den Kasten gelandet, der Kastenspringer, er liebt ein Abenteuer, einer grüßen Ausmaß, er ist ein Ausmaß, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Kastenspringer mit seiner Rakete ist der Kastenspringer, Kastenspringer hat einen Silst auf der Rakete, der Kastenspringer fliegt hoch und runter, als der Kastenspringer braucht er denn überhaupt Luft, nein. Denn er ist ein Kasten mit einer blauen Kiste, Kiste, das ist der Kastenspringer. Willst du die Münze haben, bist du nicht dazu in der Lage, der Kastenspringer zu sein? Ich hab sie gern dünn. Der Kastenspringer, der Kastenspringer, 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 manchmal ist der Kastenspringer auch der Kastenspringer, bist du der Kastenspringer, der Kastenspringer. Manchmal ist der Kastenspringer auch nur ein Kastenspringer, der Kastenspringer, Kastenspringer, bist du der Kastenspringer, Kastenspringer, bist du denn der Kastenspringer? Hast du eine Framework bei den Kastenspringer, Kastenspringer, siehst du auch das Leuchten bei den Kastenspringer, Kastenspringer? Lilane Farben bei dem Anfang des Kastenspringer, ich bin ein grün-türkiser Kasten. Aber Kombinationen bei den Custon-Springer Ergeben manchmal Sinn bei Custon-Springer Custon-Springer, rote Kisten im Hintergrund Auch bei den Custon-Springern Rad, Radel, retten dein Leben als der Custon- Bäh! Der Custon-Springer, Custon-Springer Das ist der Custon-Springer Du hast den Custon-Springer schon mal gesehen Der Custon-Springer ist ein Custon-Springer Hast du den Custon-Springer schon mal in Aktion gesehen Custon-Springer, Custon-Springer Daher springt mein Schwank um, der Kastenspringer, Kastenspringer, der ist nicht dumm, der Kastenspringer, 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 Kast Es ist ne Kasse! Es ist der Kastenspringer, 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 denn es ist der Kastenspringer, denn der Kastenspringer, Kastenspringer. Bist du denn der Kastenspringer, Kastenspringer, Kastenspringer? Machst du eine Remix davon, Bio-Yashi, Kastenspringer? Du bist doch schon anerwartend darauf, dass sie sowas machen, denn du wartest, egal den Tag, du nörst mich damit in jeden Tag! Darüber, dumme Heulen, Scheiße! Und jetzt, au! Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspringer, 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 willst du auch mal kotzen, kommt der Kastenspringer, 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 das ist nicht der Kastenspr Katzenstringer, 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 was hier hieß, das liegt doch mal, der Katzenstringer, nein, Demo Tree Dash, mit der Solo, Katzenstringer, ich kenne den Beat nicht mal, Katzenstringer, Katzenstringer, das ist der, der Katzenstringer, Katzenstringer, der kriegt den Solo immer nach der ersten Ebene, der Katzenstringer, Katzenstringer, er hat dafür immer eine gewisse Zeit, die er nicht kennt, die Stille benimmt uns ein, die Geste, die ist nämlich da, Der Katzenstringer, er ist da, für euch, wenn ihr ihn braucht, hält ihr euch alleine, kommt der Katzenstringer, fühlt ihr euch alleine, kommt der Katzenstringer, seid ihr alleine, dann kommt der Katzenstringer zu euch zu Hause, und schränkt über Kästen, wenn ihr glaubt, dass der Katzenstringer ohne euch auskommt, fragt den Katzenstringer mal selber, wie er sich fühlt zu Hause, denn er ist alleine, er ist ein Katzenstringer, er ist im Katzen, Ich fliege als der Katzenstringer, Katzenstringer, der Katzenstringer, der Katzenstringer, der Katzenstringer, der Katzenstringer, er hatte seine Herausforderung, wie im Flappy Bird geseehen, Stereo Madness, Unlock the Icon, Level Complete. Was kommt als nächstes, nein, ich will das nicht nochmal machen, ich will das im nächsten, doch, mach nochmal, kommt ja das nächste Lied ja jetzt, ich fand das echt cool, Du musst das Spiel rausklicken, aber man kann das nicht mehr steuern, also okay, es kommt jetzt back on track, ein neues Lied, mal sehen, wie ich den Katzenstringer hier mit reinbringen kann, Bäh! Mein Büro in der Heifance, hab ich geschafft! Was denn Katzen, Katzenstringer, der Katzenstringer ohne ihn geht- Wäh! Katzen, Katzenstringer in dem Rhythmus, der Katzenstringer, der Katzenstringer Katzen, Katzen, Katzenstringer, der Katzenstringer- Moment. Kasten, Kastenspringer, ist ein Kasten, Kastenspringer, er ist ein Kasten, förmig wie ein Kreis, doch ein Kasten, er will kein Reis, er ist ein Kasten, ein Kasten, ist nur ein Kastenspringer, ohne Massen, einsam in einer Welt, ist ein Kasten, verlangt kein Geld, ist ein Kasten, Schweizer Rappen, kennt kein Kasten, sind alle, was denn? Kastenspringer, ist ein Kasten, mit der Solo! Okay, mit der Solo! Kasten, Kastenspringer, ist ein Kasten, 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 verräts! Kasten, ist ein Kasten, ist ein Kasten, ein Kasten, Kasten, ist ein Kasten, ist ein Kasten, ist ein Kasten, 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 Der Kasten ist ein Kasten, hat der blaue Oberfläche als Kasten, ist grün von außen Wirkis Kasten. Der Kasten in sich selbst gedreht ist ein Kasten, müde als Spee wie Gericht. Der Kasten, müde als Stück nicht im Kasten, denn er ist nicht wie die anderen Spasten. Er steht nicht weiter im Kasten, denn er hört nicht zu den Spasten. Er hört nicht in den Kasten, türkis ist keine Farbe für in den Spasten. Jetzt hat sich der Lied einfach gedreht, Beleidigungen am Band, warum will Milder kein Solo machen? Was hält ihn denn hier an dem Lifestream? AGDQ hält dich im Kasten. Ich guck's aber nicht. Will der Dusche mit, du stehst nie länger im Kasten. Kastenspringer will dich6. Kasten Springer ist kaum zu passen. Kastenspringer. Kasten, Kastenspringer ist nicht zu passen. Kastenspringer will es einfach nicht lassen. Der Kastenspringer überspringt Zeilen, er tut so als... Bäh! Was? Kastenspringer ist kaum zu fassen, Middard hängt jetzt herum mit den Schwasten. 8888 ist ne Zahlenreihenfolge, die wewe bekannt vorkommt von dem Schwasten. Der Middard ist kaum zu fassen. Kastenspringer ist nichts mehr zu lassen, Kastenspringer ist nicht ein Kasten, jetzt bin ich noch nicht mehr zu fassen. Kasten, der Kastenspringer ist... Kasten, Hänger ist kaum mehr zu fassen. Ein Kastenspringer ist nichts zu lassen, denn der Kastenspringer ist im Kasten. Sein Kind ist türkis in seinen Magen. Der Kastenspringer ist in einer Kasse versteckt, Middard Solo, es ist Zeit für dein Solo, jetzt! Bitte nicht, ich will nicht dein Solo machen. Wieso muss ich ein Kastenspringer sein? Was ist das denn? Der Solo will von Midda nicht gelassen werden. Modo Midda ist im Kasten. Jetzt fragt er sie, warum wird er nicht gelassen? Wieso wird er nicht aus dem Kasten gelassen? Wieso... Der Kastenspringer ist kaum zu fassen. Der Kastenspringer ist kaum mehr zu lassen. Denn er springt einfach im Kreis herum. Springt wie eine blöde Kuh herum. Woher der reinkam, kann ich nicht mehr fassen. Denn alles auf Kastenspringer lässt sich nicht reimen. Deshalb... Bäh! Kastenspringer... Bäh! Kastenspringer ist nicht mehr zu fassen. Metro 2033 ist nicht im Kasten zu filmen. Denn sie sind in einem Röhrensystem mit komischen Viechern. Neusnetsch... Schade! Kastenspringer ist nicht mehr mit im Kasten. Neusnetsch... Schade! Kastenspringer sollte es nicht dabei belassen. Er sollte nicht in den letzten Items reinpassen. Nicht lassen! Kasten! Mann, waren das die Wörter! Bäh! Könnte ich nicht mehr fassen. Jetzt passen wir alle im Kasten. Da ist immerhin noch... Bäh! Da ist immerhin noch... Bäh! Wer's denn? Er wollte den Kasten nicht lassen. Jetzt kommt... Mit der Solo! Nein! Nein! Bäh! Der Kasten ist nicht zu fassen. Er springt lieber mit in den Kasten. Das klang leicht nach sexualer Aktivität jetzt im Kasten. Ein blauer Kürbis in den grünen Kürbis. Das hatte nichts zu tun mit einem Kasten. Aber trotzdem wollte es mir denn nicht fassen. Da ist ein Kasten in seiner Toilette. Scher geht nicht weg aus der Toilette. Er frisst die Leute auf in seiner Toilette. Wo kommen Leute aus seiner Toilette reingerannt? Sie haben ihre Kacke in den Würfel reingebrannt. Wir sind die fliegende Kacke in den Würfel. Sind die fliegende Kacke in deinen Würfel. Kastenspringersong, der ist in deinen Würfeln. Kastenspringersong, er wird dich niemals verlassen. Er ist der Kastenspringer in deinem Kasten. Willst du den Kastenspringer wirklich verpassen? Kasten. Er ist der Kastenspringer, er ist nicht zu verlassen. Er ist der Kastenspringer, er ist super passen. Wenn du nicht aufpasst, bist du im Kasten. Passt wie eine Kamera mit einem Film drin. Das ist wie mit Killkoss, wie ein Spielfilm. Warte. Ist der Kasten, ist jetzt ein Kasten. Mit der Solo! Ich muss nichts in Wasser. Es kommt nicht. Scheiße. Mit das Nieser ist nicht zu fassen. Im letzten Moment hat er ihn doch verlassen. Der Nieser... Kastenspringer können das Nieser nicht lassen. Sie verpassen die Lage zu passen. Kasten haben im Fußball nichts zu tun. Sie wollen sich lieber vor dem Turnier ausruhen. Vor welchem Turnier der Kastenspringer jetzt redet. Das wissen wir selber nicht erbläht nur. Aua. Kasten ist ein Kastenspringer. Er ist ein Kasten. Ein Kasten! Nenn einen Kastenspringer Kasten. Er ist ein Kastenspringer zum Kasten. Unlock new color blue, es ist kaum zu passen. Türkis ist gar nicht mehr so in. Es könnte sein, dass ich in einer Rhabar bin. Denn im und bar kommen sich sehr bekannt vor. Ich stell mir vor wie ein Elefant in Phosphor. Herum schwimmt er vergammelt im Kasten. Kaum zu Pasta. Aua. Posphor. Der Kasten ist im Posphor Kasten. Zum Fasten ist nur noch der Kasten. Muttern im Kasten sind Fas. Das ist ein Fass aus einem Spiel aus dem Prielwind. Aua. Meta Solo. E Shanklin. La 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 La. La 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 La. La 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 La. Kasten! Der Männer kann sein Glück gar nicht fassen, explizit sagt er, was er denkt mit dem Kasten, er denkt sich, aua, kaum noch zu fassen, ist nur noch kaum noch zu fassen, der Kasten will dich nicht verlassen, es ist einfach nur ein Kasten, ohne Sinn und Zweck, er wird uns verlassen. Kannst du diesen Kasten beschreiben, seine grüne Form ist nicht so mal weiden, sie ist blau, aua, da ist der Kauer, ich wollt grad sagen, der Kastenspringer ist beim 40. Versuch, doch nun findet er sich im 41. Versuch wieder, es ist kaum zu fassen, es ist ein Kasten mit vielen Lasten, Ballisto ist ein Fitnessriegel, das ist fast so wie mit Aua. Zum Glück musste ich auf das letzte Wort nicht reimen, ich hätte so ständig zum Reimen gefunden, das ist Aua. Ich glaub, ich hab genug. Oh, das ist ein Einblick vom Spiel gefunden. Ein Kasten ist ein Kasten, ein Kasten will uns vermeiden, denn ein Kasten, aua, ein Kasten ist nicht so gut wie ein zweiter Kasten, denn er ist fast so gut wie der dritte Kasten. Drei Kiesekästen sind aber nicht so beliebt wie grüne Steine im Klo, sie zeigen, wie damit dein Klo ist, sie haben dein Klo gereinigt, bevor du tot bist, sie reinigen alles, was du benötigst. Das ist ein Kastenlied von einem Kasten, umgeben von den dummen Idioten mit Spasten, Controller in seiner Hand, jetzt muss er da durchkommen, denn er ist ein Controller. Es hätte jetzt ein Lied ganz gut, Alex gepasst, aber jetzt habe ich meine Chance verpasst, denn der Aua hast den Springer ist kaum mehr zu fassen. Du kannst ihn nicht mehr fangen, Polizei sind Kasten, fangen die auch die Teller, von einem Futon aus dem Keller, weil ein Aua hast den, ist nicht mehr alleine zu fassen, er höchste eine Multiplayer-Part im Kasten. Ha, denn es ist ja auch ein kleiner Kasten, im Kasten drin türkise Farbe, im Kasten, grüner Kasten könnte genauso gut blau sein. Wir haben ja ein Allocted Ultimate freigeseint, das ist ein Reim, der nicht passt, auch der Tag nicht, was soll's, ich tanze trotzdem gerne weiter. Immerhin bin ich ein dummer Kasten, The Impostle Game ist nicht mehr ein Kasten, darum frag ich auch gar nicht nach den Kasten, die Spasten wollen mich nicht in Ruhe lassen. Was? Es ist Alkohol, yeah, Alkohol, es ist Alkohol, 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 der Kastenspringer ist besaufen, er will dich nur noch versaufen, er hat chinesisches Geld gesehen und gerochen, es ist ein Geräusch, ich hab gewonnen. Geil. Plus zwei Sternen. Ey, das freut mich. Wow, oh, wisst ihr was das Kranke ist, wenn ihr das Spiel so lange spielt, es kommt euch vor, alles bewegt sich nach rechts bei euch, weil sich die ganze Zeit alles nicht noch so ein Spiel... Ich kenn das jetzt super, Hexagon, wenn du das eine Weile gespielt hast, dann denkst du, dass sich immer noch alles dreht, dann drehst du doch deinen Kopf mit. Alter Schwede, ey, alles bewegt sich nach rechts, okay gut, okay, das war's, okay, tschüss. Mit der Solo. Sagst du Solo? Ich soll ein Solo singen. Okay, wir machen auch noch eine neue Melodie, weißt du, mal gucken, ob wir da so gute Solo gehen. Bei Polargeist heißt das Level, warum auch immer das Deutsch heißt. Okay, mal sehen, was soll ich rauskommen. Was? Wieso muss ich eigentlich immer Solo singen? Was ist denn? Flick while touching a ring to jump in mid air, okay. Kasten, Kasten, swingin, Kasten. Kasten, springin, Kasten, springin. Aua. Kasten, springin, im grünen Land. Kasten, springin, Kasten, springin. Au. Okay, wieder Solo. Das hält nicht so alt. Kasten, springin, voll der, bringin. Beste Solo. Er wird dich nicht in Ruhe lassen, bis er endlich so läuft. Kasten, springin, Kasten, springin, Kasten, springin, ist dein, bringin. Kasten, springin, Kasten, springin, er ist heute Rap-Berg-Springer. Bringin, Kasten, springin, kannst du eh will singen? Denn Kasten, springin, er ist in deiner Kassel drin. Der Kasten, springin, er ist der Kasten, springin, oder doch der Kasten, springin, Kasten, springin. Fliegt der Kasten, springin, überhaupt in Kreis? Weißt du, überhaupt das Kreis ist? Ist er denn in Teufelskreis? Es ist nicht der Kasten, springin, er fliegt in deiner Toilette. Hör rum mit, was macht er denn in deiner Toilette? Der Kasten, springin, er kackt, er in die Fresse. Er will dich gerne mit seinen Tüffis in Blöcken ankacken. Okay, Midda, anwalt für Solo, los geht's, Midda! Ich hab einen Kasten in meinem Scheiß-Toiletten-Scheiß. Ich muss gleich wirklich scheißen, wenn ich so weiter mache. Wieso sing ich das überhaupt so bin? Ich weiß es nicht, und jetzt bitte mach weiter. Dann nicht. Dann wird er gleich heiter. Alex, Solo! Ich kack aber gerade, das geht nicht. Ich kacke gerade. Walle, Solo! Der Kasten ist am Kacken. Darum kackt auch Alex mit dem Kasten. Und Moritz muss auch leider kacken. Doch leider verlässt ihn der Kasten. Kastenspringer, Kastenspringer, Walle ist im Kastenspringer. Wie drin ist der Kastenspringer? Er will... Warum krieg ich keine Solo-Zeit? Kastenspringer, Kastenspringer, Kastenspringer... Kastenspringer... Au! Das Au passt jetzt. Kastenspringer... ...tut nicht gut. Kastenspringer, nimmt dir deinen ganzen Mut. Vollgedeckte Deckel ist der Kastenspringer. Niemals allein ist der Kastenspringer mit seinen türkisem Freund im Kastenspringer. Kastenspringer... Es ist der Kastenspringer, der ist der Kastenspringer, der ist jetzt kommt! Kastenspringer... Kastenspringer... Ist dein Freund der Kastenspringer? Ist das der Pringner? Der Kastenspringer? Au! Kastenspringer... Au! Au! Kastenspringer... Au! Kastenspringer... Au! Kastenspringer... ...wird langsam... ...müde, der Kastenspringer entschuldigt sich! Der Kastenspringer... ...ist vorbeigesprungen! Okay. Kastenspringer... Ich spreche jetzt den Kastenspringer, sorry! Was denn Wunnel ist es, ist der Kastenspringer? Kastenspringer ist der Kastenspringer-Bringer! Bringt der Kastenspringer seinen Pferd in seinen Springer? Ist das Schach? Oder Dach? Welches Wort macht Sinn bei einem P-M-Schach? Jetzt kommt Timo, Solo! Kastenspringer, 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 Kastenspringer! Kastenspringer, Kastenspringer, er grubt ganz schön rum! In der schwarzen Night Sky ist er gar nicht dumm! Denn der Night Sky, Night Sky, Night Sky Flieger ist der Springer, Er springt doch sehr ruhig, denn der hat keine Furcht! Kastenspringer, Mütter Au! Okay, ich gebe Au! Mütter Au! Mütter, warum hast du dir wehgetan? Entschuldigung! Mütter Au! Ich glaube, es sollte Au heißen! Okay, tschüss! Okay, dann heiße ich ab jetzt Au in Sky! Okay, dann heiße ich ab jetzt! Vielen Dank.